Willkommen bei den e-Nachrichten um 1 Uhr. Heute feiert Jeff Geburtstag, er wird stolze 38 Jahre alt. Wir übertragen jetzt Live-Szenen von der Geburtstagsfeier im Huddleville Hotel. La 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 die Jeff. La 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 la. Glückwunsch. Glückwunsch. Dankeschön. Hurra. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Genieß es, solange du noch kannst. Glückwunsch, Jeff. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Norman Reedus, und das waren die Mi-Nachrichten um 1 Uhr.